Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Zuschauer und schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Eine weitere Folge LSPDFA. Hier sieht alles ein bisschen anders aus und warum hat der dahinten den angehobten Skandal hier in Los Santos? Ich habe Redux installiert, das heißt wir verlieren ein paar Frames, aber ich denke ich habe das so gut hinbekommen, dass das alles super fresh aussieht und wir auch grafisch einfach mal was anderes zu sehen bekommen. Ich bin auch als Trevor unterwegs mit einem coolen Cop Outfit, das hat mir irgendwie ganz gut gefallen und wir fahren noch ein paar Folgen mit den US-amerikanischen Fahrzeugen rum. Wer also deutsche Folgen haben möchte, müssen wir noch ein bisschen warten, heute im Dodge Charger unterwegs. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Es gab ein paar neue Updates in GTA, um genau zu sein LSPDFA. Vielleicht werden wir heute auch mal eine Mission machen und die Helikopterfolge ist ja richtig gut angekommen, Leute. Denkt dran, in der letzten Folge Hashtag 200 unter das Video schreiben und sobald wir 200 Kommentare haben oder ein Like mit dem Hashtag 200, äh nein, ich meine ein Kommentar mit über 200 Likes mit dem Hashtag 200 kommt die Folge. Was macht denn der Bus da? Ja, das werden wir gleich mal auschecken, Leute. Kurzes Intro und dann gucken wir mal, was da los ist. Leute, ich weiß nicht was, aber den sollten wir vielleicht mal anhalten hier. in diesem Bus, wenn ich das in mir hinkriege. Okay. Alla Busfahrer, geht's dir nicht gut oder so? Gern Sie mal bitte kurz aus dem Bus aussteigen. Ganz ruhig, komm, ganz ruhig, steig mal aus. Aussteigen, ruhig bleiben, raus aus dem Bus. So. Ah, stopp, 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 halt, halt, halt. Oh no, oh no, fuck you, alter. Holy shit. Warum ist mir das denn passiert? Oh nein, es ist auch der Bus. Weg, 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 ah. Da haben wir ein Problem mit dem Busfahrer, Leute. Warum unterstützen hier? Warum steigt ich jetzt schon wieder aus? Einsteigen, ist einsteigen. Ich finde es auch geil, jetzt drehen die Busse an, am Rad hier, der was. Ein, stopp. Ach so, warte mal, das ist der Bus, den ich gerade anhalten wollte. So, jetzt wollen wir uns um Unterstützung. Sirene machen wir aus. Nein! Bleib stehen, Mann, Alter, jetzt raus aus dem Auto hier. Schön langsam. Und auf dem Boden, Schätzchen. So, nicht mehr, ey. Das war ja gerade super crazy. Okay, und die Cops kommen da auch an wie raus. Sehr gut. Und was ist mit dem Bus los? Jungs, könnt ihr den mal festnehmen hier. Wobei, das mache ich lieber selber. So, sie sind vorläufig festgenommen, wegen groben, fahrlässigen Verhalten im Straßenverkehr. Das geht dann mal gar nicht klar so. So. Den Bus lassen wir heute nochmal abschleppen. Und dann schauen wir mal, dass wir die Straße wieder frei machen. Verrückter Typ, ey, unglaublich. Schönes Wetter haben wir heute auf jeden Fall in der Stadt. Was mir sehr gut gefällt. Da ist auch der Toe-Truck schon. Das wird lustig. Holy shit! Oh shit! Wow, what the fuck, Alter. Der Toe-Truck. Ja, danke, geht ihr, Mann. Okay, alles gut, ey. Wir machen die Sirene mal wieder aus. Okay, die Lady hat irgendwie auch noch ein Problem. Dispatch-Calling-Unit 1, Lincoln, 18. Wir haben eine 484 in den Spoochy-Kanal. Okay. Was Butsche-Kanal, Leute, haben wir einen Diebstahl, so wie es aussieht. Da fahren wir hin, auch Code 3. Diebstahl ist kein Spaß. So, mal runter hier. Aber die Optik gefällt mir doch wirklich ganz gut, muss ich sagen. Bei Nacht ist das Ganze hier ein bisschen dunkel, aber das ist auch recht realistisch gehalten. Von daher sterbt mir das nicht. Ihr seht auch, wir haben überall jetzt Markennamen drauf und so. Also, es sieht alles ein bisschen echter aus. Also, Redux hat schon wirklich viele verschiedene Sachen, mit denen wir hier spielen können. So, dann gehen wir hier mal rein. More Trash for less cash. Binko. Hier ist anscheinend jemand beim Diebstahl erwischt worden. Seid gegrüßt. Ja, ja, komm mal klar da oben, Anzeige. Alles klar. Hier ist der Dieb, alles klar. Check ich mal lang aus. Wie geht's Ihnen, Officer? Mir geht's gut, dann können wir alle super. Und we've just had an attempted shoplifter incident. Und so, der hat versucht, was zu klauen. Luckily, we managed to catch them in there. Okay, also er hat ihn dazu gefangen. Stuff like that happens often. Ja, es passiert oft, dass Leute was klauen. 19 Dollar. Für 19 Dollar wollte er das klauen. Er sagt, ah, Lügner, du Arsch noch. Why the fuck did you store get dedicated to get... Warum hat der Laden überhaupt security? Und I need to head over downtown to get my free store. Was will er denn? Shoplifting is not crime. Ach, komm schon, okay. Also ja, have you seen the recent prize? Ja, jetzt redet er darüber, dass alles so teuer ist und dass er eigentlich keine Strafe bekommen sollte. Ähm, ja, gut. But I was doing nothing, just nothing around. The guy is lying. Okay, jetzt unterstellt er ihm, dass er auf jeden Fall lügt. Deal with the situation, LCC fits. Ja, ihr kommt selber, klar. Schickt ihn einfach raus und gibt ein Hausverbot. Das ist mir eigentlich Latte gerade hier. Das ist ein komischer Einsatz. Und die Tante geht auch einfach, die hat auch keinen Bock mehr. Ah, die geht vielleicht zum Automaten, die holt sich ein bisschen Geld. Wer hat denn da jetzt hinter mein Auto Müll geschmissen, ey? Was für eine Penner. So, oh, mein Auto ist da vorne auch schon gut kaputt, ne? Ah, die war ein bisschen missgebaut hier bei dem Einsatz mit dem Bus. Okay, wir haben anscheinend einen Drogendealer. NPR-Hit, das ist wieder das automatische System in den USA, das Kennzeichen überprüft und Fahrzeuge. Und es gehört anscheinend dem Drogendealer, dieses Auto, das da gerade entdeckt wurde. Und dann fahren wir mal hin. Also aufpassen, dass wir nicht in irgendwas rein crashen. Oh, wie zum Beispiel Zivilisten. Ich hatte mal Grün gerade, das war skurril. So ist dann dieser Drogenfuzzi. Ah, ist ganz schön schnell unterwegs, seht ihr es? Da vorne jetzt zu rechts. Wow, schönes Auto, aber kann ich mir gerade nicht angucken. Muss den, muss den Verdächtigen hier verfolgen. Ah, okay, da vorne ist er. Wow, okay. Approach with caution ist gut, man. Der Typ ist voll aggro. Da muss er anhalten. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Komm, jetzt stehe. Ja, genau, folgt mir direkt hier vor die Karriere, du Idiote. Schau mir das an. Ich warte noch mal, ne Kollegen, bis hier da sind. Nein, nicht dahinten. Oh, kommt doch mal hier her. Okay. Krasses Auto. Oh, ja, war ja, das war so klar, Alter. So, Leute, ihr habt es euch gewünscht. Wir brauchen mehr Unterstützung. Das heißt, wir rufen... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 14, 10. 20 Mal. 20 Mal Kollegen zur Unterstützung. Ihr habt es gewollt. Denk dran, ihr habt es gewollt. Wo ist denn das Auto überhaupt? Da drüben. Was ist mit dem passiert? Auf jeden Fall haben wir genug Kollegen vor Ort. Ja, wie sie gleich rausgezogen haben. Oh no, die schießen, hört mal auf. Wer hätte da schon wieder geschossen, ey. Wir sollten vielleicht mal die Straße absparen, damit denen noch mehr passiert. Ja, auf jeden Fall waren die Kollegen schnell da. Wisst ihr das jetzt auch nochmal? Wir drücken nochmal den Panic-Button. Haben aber auch was können. Jetzt kommen noch mehr Einheiten. Ach so, die fahren schnell wieder weg. Nein, ich habe nichts beobachtet. Oh, jetzt kommt es. Mist. Jetzt habe ich durch die Taste N des Gerichtsverfahren gestartet. So, ich habe leider nichts gefunden. Nein, ein Jesse Pinkman war das. Found guilty of. Okay, dangerous driving and resisting arrest. Okay, Jesse Pinkman. Wollt ihr mich verarschen? Das ist wirklich Jesse Pinkman? Okay, sehr cool. Witzig. Was? Eigentlich haben wir es in den Knast dafür. Ja, ist in Ordnung. Komme ich damit klar, ey. One piece of evidence habe ich übersehen. Okay, das tut mir leid. Also ich habe leider ein Drogenpaket anscheinend übersehen. Ist mir nicht aufgefallen, habe ich nicht. Aber ihr habt es bestimmt im Video gesehen und ich habe es wieder übersehen. So, der jetzt bitte mal... Ach, guck mal, das liegt direkt hier, das Drogenpaket. Are you kidding me? Das liegt direkt vor meiner Nase. Hier liegt es. Ich stehe sogar drauf. Und das habe ich nicht erkannt, ja? Könnt ihr mal bitte mitnehmen, das ist nett von euch. Danke. So, das Fahrzeug tollen wir natürlich auch mal wieder ab. Ja, das Drogenpaket lassen wir da überlegen. Jungs, sonst geht es euch gut, ja? Könnt ihr mal bitte... Was zur Helle? Geht mal von meinem Auto. Mann, 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 ey. So, wir cruisen mal ein bisschen. Ich könnte mal mein Auto auch wieder wechseln, ne? Das sieht ja schon ganz schön kaputt aus. So. Fahren wir ein bisschen mit dem Highway. Okay, wir haben eine Escort-Mission und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt auf dem richtigen Highway fahre. Und zwar Protection. Jemand vom Flughafen. Jetzt habe ich noch nicht ganz genau geguckt, warte mal. Wir müssen jemanden beschützen und zwar... Okay, wir fahren erstmal zum Airport und dann werden wir sehen, was Sache ist. Ich denke aber, dass ich mir für diesen Einsatz ein neues Fahrzeug hole. Wir sehen uns, wenn ich vor Ort bin und dann auch mit dem neuen Fahrzeug. Unser neues Fahrzeug, Leute. Ein Undercover-Fahrzeug und zwar... Holy fucking shit, was war das denn? Mitten am Flughafen, ich würde euch das Fahrzeug auch mal zeigen. Wir fahren mal hier rüber. Parken kurz in der Sonne. Metallic Lackierung. Kann man einfach nichts dagegen sagen. Ein sehr schickes Fahrzeug. Hat auch wieder mal absolute Christbaumbeleuchtung. ZL1 Chevy. Krasses Gerät. Gefällt mir persönlich wieder mal richtig gut. Mal kurz hier ein bisschen Blinklichter an, damit ihr auch seht, was da abgeht. Der kann was. Und mit dem Fahrzeug werden wir uns jetzt mal zum Einsatzort machen. Und zwar die Escorte. Schauen wir mal nochmal auf der Karte nach, wo ich da hin muss. Sonst mal da runter. Das ist genau der Hangar am Flughafen, glaube ich. So, dann müssen wir einmal durch den Kreisverkehr. Gott, schaut euch mal diese Strecke an, die ich da zurücklegen muss. Was hast du denn für ein Bullshit? Die Karre gefällt mir so unglaublich gut, ey. Mal gucken, wie die von innen aussieht. Achso, warte mal. Hier muss ich hin. Ja. Achso, ich habe jetzt ja... Das ist auch sehr irritierend. Mit Redux gibt es keine First-Person-Kamera mehr. Zumindest habe ich die anscheinend ausgestellt für die Fahrzeuge. Ich sitze jetzt hier auf der Motorhaube. Seht ihr das? Da kann ich mich selber bei angucken. Wobei, hier sieht man es ein bisschen... Das sieht ein bisschen blöd aus. Das ist aber auch eine ganz interessante Sicht. Aber die machen wir wieder weg. So, Vorsicht, dass wir nicht die Zivilisten überfahren. Oh no, was ist denn hier los? Nicht mich rammen, nicht mich rammen. Holy shit, wie viel... Was ist denn da schon wieder? Alter, what the fuck? Holy shit, wie viele... Wie viele Polizeifahrzeuge und voll der Crashmann. Alter, das macht ja der Taxifahrer da. Holy shit, was ist denn da? Was geht denn da ab, ey? Guckt euch das mal an, ey. Völlige Eskalation. Holy shit. Was geht da ab, Leute? Was machen die Copstar? Wie im Film, man. Wie im Film. Ich gucke mir das Ganze noch ein bisschen an. Ich bin an der Cover. Mich erkennt da keiner. Zieht euch das mal rein, ey. Oh, krass. Guckt euch mal die Karriere von dem Kopf, Alter. Wahnsinn. Er hat es gut erwischt. Oh, shit, man. Ah, die hat ganz schön abbekommen, ne? Scheint es euch würde... Ich fahre jetzt hier mal durch hier. Ich glaube, ich helfe den mal. Oh, das ist ja down. Ja, okay, müsste er down sein. Man sieht nichts mehr. Machen wir die Sirene aus. Der rote Punkt ist auf jeden Fall weg. Und wir fangen jetzt hier mal rein auf den Flughafen, wie ich schon gesagt habe. Wir nehmen den Bordstein kurz. Und wir werden unsere Escort-Geschichte mal fahren. Callouts, die gibt es schon seit Ewigkeiten, haben aber lange nicht mehr funktioniert. Hier vorne ist unser VIP. Gerade aus dem Flugzeug gestiegen, da sind die Kollegen. Ich werde mit meinem Fahrzeug da hinfahren und da kommt ein kleines Menü. So. Gut. Alles klar. So sieht es aus, Leute. Wir haben Lauren Baxter ist Second Lady of the United States. Also ist die Frau vom Präsidenten. Wir haben eine Limo. Ich kann auch verschiedene Fahrzeuge auswählen. Wenn ich jetzt sagen möchte, nein, ich möchte gerne ein anderes Fahrzeug haben. Ich kann jetzt zum Beispiel hier dieses Fahrzeug auswählen. Nicht die Stretch-Limo. Aber wir bleiben bei der Limo. Finde ich ganz cool. Dann haben wir die Fahrzeuge, die ich auswählen möchte, die uns eben unterstützen. Einen Helikopter will ich auch dabei haben und sage, jopp, das war's. Und jetzt steht hier, VIP ist Lauren Baxter, die ist die Second Lady, so muss man sagen. Da kommt sie gerade angerannt, sehr schön. Und die will ins Arcadio Center und Target by Violent LS Gangs. Also die Gangs von Los Santos scheinen dir ein bisschen auf den Sack gehen zu wollen. Der Einsatz geht los, wie ihr sehen und hören könnt. Deswegen fahren wir mal los. Es gibt natürlich auch diese Einsätze ohne Sirenen von den Begleitfahrzeugen hinter uns. Aber dadurch, dass wir ELS installiert haben, haben die die Sirenen an. Guckt euch mal das Fahrzeug an. Wir müssen jetzt auf jeden Fall, wow, aufpassen, dass hier nicht irgendwelche Leute sich hier breit machen und versuchen an die Second Lady ranzukommen. Wir sind noch 2,3 Kilometer vor uns. Genau, habt ihr das gesehen? Die Kops, die rasen einfach durch. So, wir fahren jetzt mal los. Stay close to the Convert to keep the Team in Formation. Alles klar. Ich soll ja nicht zu weit weg fahren. Versuche ich zu vermeiden. Ja, die schleichen aber auch ganz schön rum da hinten, ne? So, einmal hier nach rechts, bitte. So, habe ich mich schon verfahren? Sorry, Leute, wir müssen hier rüber. Einmal mit dem Bordstein, bitte. Hab mich verfahren, sagen wir mal TPS und so. Oh shit, oh, Ralf. Gleich mit dem Karre angekratzt, hier. Super Einsatz. So, wir geben es in Gas. Ich weiß nicht, was die Höchstgeschwindigkeit ist von dem Konvoi, aber ich sollte vielleicht auch wieder ein Geschwindigkeitsmesser installieren, damit ich einfach, mein Tachometer heißt es ja, damit ich einfach besser im Griff habe, wie schnell ich fahre. So, wir machen jetzt auch mal die Sirene an, dass wir auf die Seite fahren. So, bis jetzt scheint ja alles recht ruhig zu sein. Hier auf dem Highway, schätze ich auch, haben wir hier keine großen Probleme. Wir müssen auf jeden Fall auf Gangfahrzeuge aufpassen. Ah, hier vor uns sind schon Kollegen. Den mal bitte Platz mal. Genau, da steht einfach den Wagen weg, sehr gut. So, ist dann doch unser VIP hinter uns. Ja, an der Kreuzung aufpassen. Ah, genau, ram den Kopf weg. Hey. Hey, AI, warum denn nicht? So, weiter geht's. Schön langsam. Mal die Sirene mal wieder aus. Wird auch langsam dunkel. Ist nicht optimal für uns. Ja, noch ein Helikopter über uns. Die Rückspiegel sehen geil aus von dem Fahrzeug, oder? Seht ihr seien Seiten? Die Reposition. So. Dürfen wir hier durch, bitte. Sehr gut. Ja, genau, guck mal, die Kollegen. Haben wir denn einen? Ich glaube, einen haben wir verloren, oder? Hatten wir nicht mal mehr Escort-Fahrzeuge? Waren das nicht mehr zwei Polizeikollegen? Also, ich glaube, wir sollten hier mal kurz warten, dass wir uns wieder zusammenschließen. Ja, ich glaube, hier unser VIP-Shuttle hat ein bisschen gebraucht. Und ein... Oh, shit. Was ist das hier? Was ist das hier? Das ist ein fucking Gang, Leute. Achtung, runter, 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 Achtung. Leute. Haben wir sie, haben wir sie. Nachladen. Okay, Achtung, Achtung, Jungs. Bin ich halt der Einzige, der schießt? Wirst du überleben, Mann. Sag mal, wie viel Schuss halten die denn aus? Ich glaube, es liegt auch an Redux. Die halten viel mehr aus. Alles klar, haben wir soweit. Ich rufe die, rufe ich einfach gleich mal, äh, Corona. Ach, guck mal, da sind unsere, unsere zweiter Kollege ist auch im Start. Aber es sei gut gemacht, Jungs. Ich werde das Fahrzeug auch gleich mal abschleppen. Weitere Schüsse, weitere Schüsse von wo? Achtung, Achtung, Achtung. Aber die sind gar keine Gang, oder? Jungs, warum haben wir denn getötet? Was ist da los? Was hier gerade passiert? Okay, ein bisschen weiter. Die Lady, wir müssen weiter. Wir müssen an unser Ziel. Schaut, dass es weitergeht. Corona, aber es ist da. Kommt schon weiter von. Nicht umdrehen, nein, nein, nein. Hey, mitkommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum der... Ah, shit. Ich glaube, der wird umdrehen. Ich weiß noch nicht, warum. Er sollte bitte wieder zurückkommen. Kann der bitte nochmal wenden hier? Oder wieder in eine neue Route fahren? Können wir uns einigen, wohin du fahren willst, bitte? Okay, ich glaube, jetzt hat das wieder. Der wollte noch einmal wenden. Auch eine geile Karre hier, ne? Ich glaube, die Limo, kommt die noch klar so hin? Ja, komm. Und jetzt geradeaus weiter. Ah, nicht in die Bombe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ist wie gut das ist. Ja, wir haben es wieder, wir haben es wieder. Wir sind wieder in-game, Leute. Ja, sehr gut. Das war ja heftig mit dem Erfolg. So. Lass mal die Sirene an. Okay, okay, was ist das für ein Auto? Wo steht die mit einer Kreuzung? Oh shit, oh mein Gott. Haben sie die Frau über abgeräumt? Was fällt dir denn ein? Ist da drüben ein Auto? Das sieht fast so aus, ne? Ah, doch nicht okay. Man weiß ja nie, Leute. Man weiß ja nie. Okay, ich habe zwei Jahre von wo, von wo. Nein, die weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Wir fahren weiter. Und rein hier, die Dame. Okay, ich glaube nur, ich muss den fahren, oder? Lief der Weekly and Stay Closed to the VIP. Okay, die rennt einfach durch die Straße, oder was? Ist nicht dein Ernst, oder? So, ich will aufpassen, kein Problem. Dafür nehmen wir jetzt auch die Schuhe. Ja. Pump Action. Na komm, nehmen Sie die Held in die Hand. So, passen Sie auf. Ich werde Sie beschützen. Alles gut. Ich bin hier auf der Knallfänger, so sieht er. Alles cool, Mann. Alles cool. Keiner kann noch was. Ganz ruhig bleiben. Easy. Easy. Gute Rescue Mission hier. Äh, ich meine, äh, Begleitmission. Kann man gerne mehr davon machen, wenn ihr wollt. Wenn ihr Wünsche habt zu Fahrzeugen, oder irgendwas, sagt Bescheid. So, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Mann. Weiterhin alles Gute. Mission complete, Mann. Gut gemacht, Kollegen. Sehr gut gemacht. Weiter so. So, das war die erste Escort Mission, die jetzt eigentlich sehr random kam, aber mir auch gut gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst mir einen Daumen nach oben da und noch ganz am Ende eines, oh, was ist mit der Tür passiert, habt ihr es gesehen? Noch eine Sache ganz am Ende. Zur Zeit, ähm, hat YouTube ein großes Problem, wenn ihr es nicht schon mitbekommen habt, und zwar die Werbeeinnahmen. Ich verdiene überhaupt kein Geld mehr mit YouTube, das ist zur Zeit eine Katastrophe, auch wenn ich noch so viel Werbung schalte, deswegen meine Bitte an euch da draußen, wenn ihr mich unterstützen wollt und wirklich wollt, dass ich weiter YouTube mache, weil das klappt so nicht mehr, das kann ich vergessen, wenn ich nicht mehr Werbung angezeigt bekomme. Unterstützt mich. Schaut bitte die Werbung, wenn ihr weiter von mir Videos haben wollt und macht den Adblocker aus und ja, das wäre auch schon alles, was ich euch mit auf den Weg geben wollte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Ostermontag, danke für euer Interesse und ja, weiterhin eine gute Zeit. Macht's gut, ich bin draußen, euer Ralf. Bis zum nächsten Mal.